Okay, let's go! Jiu-Jitsu ist ein Kampfsport, Kampfkunst, das im 20. Jahrhundert passiert ist. Die schwächere und kleinere Möglichkeit gibt, sich grössere und stechen zu wehren. Jiu-Jitsu ist ein Kampfsport-Tool. Hallo zusammen, wir sind Jiu-Jitsu Team Bern. Ich bin Nelson, bin Sasu 20 und trainieren seit etwa drei Jahren Jiu-Jitsu. Und ich bin Alena, ich trainiere seit etwa drei Jahren Jiu-Jitsu. Ich bin Christian, ich kenne mich Hitch. Ich bin 28 Jahre alt und trainiere seit etwa 5 Jahren Jiu Jitsu. Ich habe mit meinen Kollegen zusammen Joker Jiu Jitsu gegründet und mache einen Hauptteil der Trainingsstadt. Joker Jiu Jitsu ist ein Verein, der für alle gedacht ist, der von den traditionellen Hierarchie-Denken losgelöst ist. Also einfach New School. Bitte! Joker Jiu Jitsu ist noch ein mega junger Verein. Uns gibt es erst seit einem Jahr. Und jetzt haben wir die Möglichkeit bekommen, in diesem wunderschönen Dojo zu trainieren. Und die Chance wollen wir natürlich nutzen. Und für das brauchen wir eure finanzielle Unterstützung. Und dann stärken wir in derart und abschlafen auf euch. Und jetzt können wir die Chance wollen.